Wie die USA zu einem babylonischen Sklavenstaat wurden von Benjamin Fulford wöchentliche Berichte Mein Kampf gegen die kasarische Mafia begann in Japan, wo ich meiner über 30-jährigen Karriere als Frontjournalist zuschaute, wie der Premierminister ermordet und ein erfolgreiches Wirtschaftssystem demontiert wurde. Als ich 1985 begann, in Japan zu berichten, hatte das Land das höchste Pro-Kopf-Einkommen der Welt und die geringste Kluft zwischen Arm und Reich in allen entwickelten Ländern. Dies war das Ergebnis eines jahrzehntelangen zweistelligen Wirtschaftswachstums. Des sogenannten japanischen Wunders. Heute wird Japan von kasarischen Gangstern, Hedgefords und ihre Sklaven regiert. Das Land hat jetzt die zweitgrößte Kluft zwischen Arm und Reich in der OECD nach den USA und der Durchschnittsjapaner kratzt kaum noch mit. Es war die Wut über das, was den Japanern angetan worden war, die mich auf den Weg zur Befreiung dieses Landes brachte, indem ich versuchte, sie davon zu überzeugen, ihren Versklavern keinen Tribut mehr zu zollen. Das war persönlich, denn viele japanische Journalisten, Zentralbanker und Politiker, die ich kannte und respektierte, waren von diesen Leuten ermordet worden. Ich erfuhr dies von japanischen Yakuza-Bossen, die mir sagten, sie seien Unterlieferanten der kasarischen Mafia. Als asiatische Geheimbünde sich bereit erklärten, bei der Befreiung Japans und der übrigen Welt von der kasarischen Herrschaft zu helfen, kamen alle möglichen Leute aus allen möglichen Geheimbünden aus ihrem Versteck, um mit uns zu sprechen. Einer, der besonders einflussreich war, war ein hochrangiger britischer Agent, Dr. Michael van der Meer, alias Michael Myring. Er gab mir einige Leseaufträge, damit ich genau wusste, womit ich es zu tun hatte. Van der Meer hatte jahrzehntelang gegen die kasarische Mafia gekämpft und einen hohen Preis bezahlt. Ihm wurden nach seinen Angaben von Agenten von George Bush Senior und David Rockefeller beide Beine von einer Bombe weggesprengt, die von Agenten von George Bush Senior und David Rockefeller gelegt worden war. Die Informationen, die er mir gab, ließen mich erkennen, dass das, was ich in Japan aus erster Hand miterlebte, ein allmählicher Prozess der Versklavung war, der in den Vereinigten Staaten bereits abgeschlossen war. Dies waren die Menschen, die Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Martin Luther King und viele andere ermordet haben. Es ist interessant festzustellen, dass obwohl offizielle Dokumente über die Ermordung Kennedys nach großer Vorfreude veröffentlicht wurden, nicht ein einziges Medienorgan berichtet hat, dass seine Ermordung von dem israelischen Premierminister David Ben-Gurion ausging. Ben-Gurion wiederum nahm seine Befehle von der kasarischen Mafia entgegen, als Teil ihres Plans 90% der Menschheit zu ermorden und den Rest zu versklaven, um die Welt von Jerusalem aus zu regieren. Bevor wir auf die wichtigsten Zitate aus diesem Lesestoff eingehen, Lassen Sie mich erklären, warum Sie sich irren, wenn Sie das Problem auf Juden schieben, denn diese Leute ernennen sich nur Juden, in Wirklichkeit sind sie Satans Anbeter. Meine eigene Familie ist jüdisch. Die Familie meiner Mutter war ursprünglich Horstin, was Pferdefelsen oder Pferdeberg bedeutet. Sie waren die weiblichen Nachkommen der kasarischen Reiter, die von den Russen und den Mongolen besiegt wurden. Meine Großmutter hatte solche Angst davor, als Jüdin identifiziert zu werden, dass sie ein Dokument bei sich trug, aus dem hervorging, dass sie als Anglikanerin getauft worden war. Die Mutter meines Vaters war ebenfalls Jüdin und sie erzählte dies meinem Vater erst auf ihrem Sterbebett. Mein Vater erzählt es mir ebenfalls erst, als er im Sterben lag. Sie hatten vor etwas sehr viel Angst und dieses etwas waren die kasarischen Satanisten. Sie waren ihrer Sklaverei entkommen und wollten nicht in die Sklaverei zurückkehren und deshalb hielten sie ihre Abstammung auch vor ihren engsten Verwandten geheim. Die meisten religiösen Juden sind immer noch ihre Sklaven. Wenn sie die wirkliche babylonische Geschichte studieren, werden sie erfahren, dass die Beschneidung eine rituelle Kastration war, um die Männer der besiegten Stämme als Sklaven zu identifizieren. Auf jeden Fall waren meine angelsächsischen männlichen Vorfahren die Nachkommen der unbesiegten Kriegerkönige des Planeten Erde und es ging uns nicht darum, uns von den Frauen eines besiegten Stammes sagen zu lassen, was wir tun sollten. Wir wurden weder beschnitten noch versklavt. Außerdem müssen wir wissen, dass wir nach der goldenen Regel leben. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Wir waren moralisch nicht, weil wir Angst vor der Hölle hatten oder durch versprochene Bestechungsgelder des Himmels in Versuchung geführt wurden, sondern weil es in unserem eigenen Interesse lag, moralisch zu sein. Man stiehlt oder mordet nicht, damit man in einer Gesellschaft leben kann, in der man selbst nicht ausgeraubt oder ermordet wird. Wir waren keine Christen, weil Jesus Christus zu Tode gefoltert worden war und seine Mörder noch an der Macht waren. Wir konnten auch nicht glauben, dass ein gerechter Gott so viel Ehlend und Leid auf der Erde zulassen würde. Wir waren also Atheisten, die am meisten verfolgte Art von Juden, die es gab. Persönlich weiß ich, dass wir uns nicht selbst erschaffen haben, also muss es einen Schöpfer geben. Um den Schöpfer zu respektieren, muss man die Schöpfung respektieren. Mit anderen Worten, man muss andere Menschen und alle Lebewesen respektieren. Wie dem auch sei, lassen Sie uns nun drei wichtige Insider über die Juden zitieren mit dem Vorbehalt, dass sie von der Synagoge Satans und nicht vom wahren Juden sprechen. Beginnen wir mit einer Warnung des Gründervaters Benjamin Franklin. Ich stimme General Washington voll und ganz zu, dass wir diese junge Nation vor einem heimtückischen Einfluss und Eindringen schützen müssen. Die Bedrohung, meine Herren, sind die Juden. In jedem Land, in dem sich Juden in großer Zahl niedergelassen haben, haben sie den moralischen Ton gesenkt, ihre kommerzielle Identität herabgesetzt, sich abgesondert und nicht assimiliert. Die christliche Religion, auf der diese Nation beruht, verspottet und versucht, sie zu untergraben, indem sie sich ihren Beschränkungen widersetzten, einen Staat im Staat aufgebaut und, wenn sie sich widersetzten, versucht, dieses Land finanziell zu erdrosseln, wie im Fall von Spanien und Portugal. Wenn sie sich nicht aus diesen Vereinigten Staaten ausschließen, werden sie in dieser Verfassung in weniger als 200 Jahren in so großer Zahl in den USA wimmeln, dass sie das Land beherrschen und verschlingen und unsere Regierungsform ändern werden, für die wir Amerikaner unser Blut vergossen, unser Leben und unsere Substanz gegeben und unsere Freiheit gefährdet haben. Wenn sie sie nicht ausschließen, werden unsere Nachkommen in weniger als 200 Jahren auf den Feldern arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, während sie sich in den Zellhäuser die Hände reiben werden. Ich warne sie, meine Herren, wenn sie die Juden nicht für alle Zeit ausschließen, werden ihre Kinder sie in ihren Gräben verfluchen. Franklin hatte so recht. Wir bestätigen dies nun mit einem exakten Zitat von Harold Wallace Rosenthal, dem ehemaligen obersten Verwaltungshelfer des ehemaligen Senators Jacob Javitz. Die meisten Juden geben es nicht gerne zu, aber unser Gott ist Luzifer. Rosenthal, der später ermordet wurde, weil er so viel enthüllt hatte, sagte ebenfalls, die meisten Juden geben es nicht gerne zu, aber unser Gott ist Luzifer. Wir Juden haben den amerikanischen Volk Thema um Thema vorgelegt. Dann fördern wir beide Seiten des Problems, da Verführung herrscht. Mit ihren auf den Themen fixierten Augen sehen sie nicht, wer hinter jeder Szene steht. Wir Juden spielen mit der amerikanischen Öffentlichkeit, wie eine Katze mit einer Maus spielt. Das Blut der Massen wird fließen, während wir auf unserem Tag des Weltsiges warten. Geld ist wichtiger als Moral. Mit Geld können wir alles erreichen. Unsere Macht ist durch die Manipulation des nationalen Währungssystems geschaffen worden. Wir haben das Zitat verfasst. Geld ist Macht. Wie aus unserem Masterplan hervorgeht, war es für uns unerlässlich, eine private Nationalbank zu gründen. Das Federal Reserve System passte gut in unseren Plan, da es sich in unserem Besitz befindet, aber der Name impliziert, dass es sich um eine staatliche Institution handelt. Von Anfang an war es unser Ziel, das gesamte Gold und Silber so zu konfiszieren und durch wertlose, nicht einlösbare Banknoten zu ersetzen. Wir erwarben das vollständige Monopol über die Filmindustrie, die Rundfunknetze und die sich neu entwickelnden Fernsehmedien. Die Druckindustrie, Zeitungen, Zeitschriften und Fachzeitschriften waren bereits in unseren Händen gefallen. Die reichsten Pflaumen sollten später kommen, aber wir die Herausgeber aller Schulmaterialien übernahmen. Mithilfe dieser Vehikel konnten wir die öffentliche Meinung nach unseren eigenen Vorstellungen formen. Die Menschen sind nur dumme Schweine, die die Gesänge, die wir ihnen geben, ob es nun Wahrheit oder Lüge ist, grunzen und klicken. Der vollständige Text des Interviews kann hier nachgelesen werden. Als nächstes haben wir die Warnung des hochrangigen zionistischen Insiders Benjamin Friedman, ein Mann, der aus der kasarischen Zionistensklaverei befreit wurde. Die Zionisten und ihre Co-Religionisten regieren diese Vereinigten Staaten, als ob sie die absoluten Monarchen dieses Landes wären. Zionisten sagten zu England, wir werden garantieren, die Vereinigten Staaten als ihren Verbündeten in den Krieg zu bringen, mit ihnen auf ihrer Seite zu kämpfen, wenn sie uns Palästina versprechen, nachdem sie den Krieg gewonnen haben. Was steht uns jetzt bevor? Wenn wir einen Weltkrieg auslösen, der sich zu einem Atomkrieg entwickeln könnte, ist die Menschheit am Ende. Und warum wird er stattfinden? Er wird wegen des dritten Aktes stattfinden. Der Vorhang für den dritten Akt geht hoch. Der erste Akt war der erste Weltkrieg. Der zweite Akt war der zweite Weltkrieg. Der dritte Akt wird der dritte Weltkrieg sein. Die Juden der Welt, die Zionisten und ihre Glaubensgenossen überall sind entschlossen, die Vereinigten Staaten erneut zu benutzen, um ihnen dabei zu helfen, Palästina dauerhaft als Stützpunkt für ihre Weltregierung zu erhalten. Wie können die Vereinigten Staaten etwa 5% der Welt hinausgehen und 80-90% der Welt in ihrer Heimat bekämpfen? Wie können wir das tun? Unsere Jungs dorthin schicken, damit sie dort abgeschlachtet werden? Für was? Damit die Juden Palästina als ihr Commonwealth haben können? Sie haben euch so sehr getäuscht, dass ihr nicht wisst, ob ihr kommt oder geht. Ich nenne sie nicht Juden. Ich bezeichne sie als sogenannte Juden, weil ich weiß, was sie sind. Sie sind Satanisten. Okay, die Vereinigten Staaten befinden sich also jetzt in einem verzweifelten Kampf um ihre Befreiung, nachdem sie in den letzten etwa 200 Jahren langsam versklavt wurden. Der Prozess ist im vollen Gange. Ein großer Teil der Führung der kassarischen Mafia in den USA wurde getötet oder verhaftet. Der japanische Militärgeheimdienst schätzt jedoch, dass etwa eine Million kassarische Mafiosis die Vereinigten Staaten beherrschen. Sie geben vor, Juden, Muslime, Christen und so weiter zu sein, aber sie beten Satan an. Im Moment kämpfen sie um ihr Leben. Antifa und Black Lives Matter Aktivisten, die an Ausschreitungen und Sabotageaktionen beteiligt sind, sind laut NSA-Quellen kassarische Agenten oder deren Doppelgänger. Eine Pew-Analyse zeigt zum Beispiel, dass nur einer von sechs sogenannten Black Lives Matter Aktivisten ein Afroamerikaner ist. Mit anderen Worten, sie sind kassarische Agenten. Dasselbe kann man über die Antifa sagen. Diese Menschen müssen neutralisiert werden, wenn die Vereinigten Staaten sich von dem System der babylonischen Schuldsklaverei befreien wollen, das von kassarischen Satanisten kontrolliert wird. Nächste Woche werden wir uns weiter damit befassen, wer gegen sie kämpft und wie nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern die ganze Welt von diesem Horror befreit werden kann. Die wichtigsten Bollwerke, die es zu erobern gilt, sind die Unternehmensmedien, die Pharmaindustrie, die Hightech-Monopole, die Megabanken, die politische Elite Washingtons, die Gesundheitsbürokratie und viele der Energiekonzerne. Amen.